Ich habe eh nicht hohe Pokero-Probleme her. Ich habe auch die Nummer 4. Na gut, klar. Wir arbeiten auch in der Story ein bisschen anders. Nur ich arbeite halt von Stadt zu Stadt nicht durch. Und für mich ist das meine City die Vierter Orden. Und hier ist nochmal Ordnung Nummer 5. Äh, Ordnung Nummer 6 sogar, Entschuldigung. Oh, hallo, du hast dich zentrum gebraucht, oder? Es war bloß, du bist hier, um uns zu retten. Ach ja, genau. Danke schön für den herzlichen Einsatz möchte ich dieses Pokémon auch schon freuen. Danke. Dann schicken wir einfach mal einen Labrass. Das ist Labrass, ein über- überaus intelligentes Pokémon. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber ich glaube, bei dir ist es hier besser aufgehoben. Es ist sowas wie jemand, der sich gerne gut um unser Labrass kümmern will. Es kann sehr gut schwimmen und mich außerdem auf seinem Hut sicher über das Wasser tragen. Passt gut um unser Haus. Und wir kriegen einen weiteren Eintrag. Und damit müsste es immer 60 Klicks sein. Und damit haben wir, glaube ich, auch die Höchstmarke. Oh. Ich behalte es noch. Oh nein. Ich bin das Pokémon. Team Rock ist hinter dem Pokémon her, mit dem er garantiert das Pokémon fängt. Sie hat es bestimmt zwingt, ganz viele Meisterfreunde herzustellen. Und wir kriegen einen Meisterball hier, okay. Und der Präsident ist oben im zehnten Stock. Ich mach mir jetzt solche Sorgen. Hoffentlich ist er in Sicherheit. Mal gucken. Da haben wir noch einen Forscher. Das ist das, was ich arbeite für die Silvskompanie. Keine Ahnung. Für mich gehört hier alle zu Team Rocket, wenn ich ehrlich bin. Die sind alle gleich hier drin. Also, da hab ich so ein paar Leute jetzt. Aber die ganzen Forscher, die gehören ja alle mit dazu. Ja, ich dachte, sonst würden sie mich nicht innen überstellen. Aber mich nicht im Weg stellen. Na gut. Ja, komm, wir machen sie trotzdem. Wir kriegen sie ja eh trotzdem alle platt. So, damit ist das komische Smokern auf dem Daumen. Toll mal. Ja, aber wir sind 40 jetzt mittlerweile. Ich bin noch ein bisschen unschüssig. Ich hab' ich noch einen Landesfall. Ich hab' mir noch einen Landesfall. Das ist nämlich kein Beispiel für mich. Beide ich. Ich hab' es ja. Pfanne ist es eher für mich ein bisschen. Böh. So, was mach' ich das Bonona weg? Äh, Bonona haut, oder? Mach' mir von wegkauen. Zieht mit und geht jedenfalls auf Level 47 hoch. Wunderschön. Wahnsinn. Das ist ein Fläschchen, AP Plus. So. Etage Nummer 6, check. Du bist wahrscheinlich die dritte der vier. Ja. Dann haben wir jetzt Etagen 5, 6, jetzt sind wir an der siebten Etage mittlerweile. Dann fehlen jetzt noch drei Etagen. Ja, vielleicht kriegen wir sogar komplett in dieser Folge die Etagen weg. Und dann können wir in der nächsten Folge das Finale machen. Ich muss einmal durch die korrekte Etagen durchgehen, um wirklich alles zu erwischen. An Items und auch an Gegnern und so. So. Slymog ist zöhn, das ist weg. Smogger lassen wir. Warum habt ihr nicht Slymog und Smogmog? So. Und dann mit der nächsten Pulsier-Aura knall ich wieder Smogmog aus dem Leben. Na, Smogger. Dann sag ich ehrlich, wir sind mittlerweile in der siebten Etage. Wir können mittlerweile ein paar Pokémon, die hier wie 40 haben. Das wären wir mittlerweile, weil das das jetzt echt so schwierig war. Oh, ich hätte ja auch schwerstellen können, ne? Hast du das Spiel dich auch schwerstellen? Ne. Kann ich nicht. Oh, okay. Kann ich nicht. Ich dachte mir, ich kann das Spiel schon schön ein bisschen hochstellen auf schwer, um ein bisschen Herausforderung zu haben. Gut, das ist jetzt sehr spät, aber trotzdem. Naja. Endstation bis hier und nicht weiter. Ja, ich muss hier nochmal noch wärmer. Also es ist mittlerweile die dritte Aufnahme-Session. Äh, ich glaube, ich bin jetzt bei 4 Stunden, fast 4, etwas mehr als 4,5. 4 Stunden, die ich jetzt aufgenommen hab für euch. Hier in Pokémon Let's Go Evoli. Und, äh, ja, wir hängen mittlerweile erstmal nur gerade in Saffronia City. Aber wie gesagt, ich nehme auch alles mit, was geht. Also ich bin jetzt gar nicht... Ich losche jetzt nicht mehr durch. Ich glaube, wenn wir jetzt die Parknummer gehen, ich glaube, Pikachu waren wir mit dem Teil schon durch. Waren wir sogar komplett schon durch, als wir die Folge haben. Ähm, gut, dann haben wir jetzt als nächstes einen kleinen Krabbo einsetzen, um das Nimmilicap raus dem Leben zu reißen. Ach. Ich muss hier mal Fett missen. So, Nimmilicap. Ich bin auf Schlitzer gegangen. Krabbo soll auf 5,5. Okay, 5,5. Dann mach ich den Schäden jetzt wieder. Ja, voila. Okay, ich lasse das Pokémon ohne Wolle hinweg. So. Nee, du hast einen ziemlich ungeschlossenen. Dann noch kein weiteres Item. Dann haben wir hier noch einen Forscher. Du glaubst doch nicht, dass ich dich hier einfach nach lust und Laune herumschulzieren lasse. Ist also egal. Ich mach dich hier fertig. Ich könnte raufgehen. Das ist so wumper, wenn ich ehrlich bin. So. Okay, Elektro-Seil. Keine Feboli. Mach mal. Ja, dass Elektro-Seil wahrscheinlich anfangen wird. Jetzt geht's hier. Reflektor. Das ist jetzt physischer Tag. Okay, Blut-Zauber sollte eigentlich zwar speziell sein. Gut. Jetzt Ultraschall ein. Ich gucke mir aber mal ein paar Kapier wieder zurück. Darf ich? Darf ich ein bisschen Kapier zurückhaben? Na schon. Ja, 44 glaube ich hab ich nicht. Wenn ich es richtig gelesen habe. Ich kann es nicht ganz... Ne. Ich habe viel Fehler. Heid to level 45. Haras 24. Oh, von dieser Neust-Pokomole-Milie. Ähm, mit Porygon. Also zumindest im Kampf drin. Ich hab gesehen, haben wir es ja schon mal. Gesehen hatten wir schon mal. So, dann nehme ich mal kurz eben dein Lichtschild mit. Dann ist dieses Porygon auch relativ easy down. Aha, Haras entwickelt sich level 24. Kurz ein bisschen. Und damit kriegen wir den nächsten Eintrag im Pokédex. Haras wurde zu Parasek. So, Team. Ah, Parasek. Können wir jetzt rausnehmen, ne? Die Frage ist, den haben wir noch. Na, wie sie sagen, vielleicht muss der Floor durchentwickeln. Tja, kann man mal. War Kinder schon? Nee, ne? Dann wollen wir jetzt das Nächstes. So, Team hinzufügen. Hm, ich glaube, da sind wir voll oben. Ähm, scheiße. Eigentlich wollte ich heute kommen durchs dann schon. Egal. Dann müssen wir das durchmachen. Scheiße. Ah, das war der Plan eigentlich, ich wollte komplett durchzukommen. So. Siehf kommt dann. Siebte Soberge. Schatz, jetzt sind wir die Auge Nummer 8. 98, jetzt sind wir noch drei Etagen. Habe ich die jetzt so durchgeknallt bekommen, weiß ich nicht. So, natürlich. Ich weiß, ich komme davon, es kommt immer darauf an, wie viele Trainer hier noch irgendwie rumrennen, ne? Das wird jetzt immer weniger. Ach, das ist gut, das ist gut. Die Etage machen wir hier noch. Dann kann ich mal... Ich weiß auch nicht, wie viel jetzt unten noch in der neunten und zehnten Etage sind. Hier ist doch ein Trainer. Ich hatte eine Pokémon am Schwachstellen. Wenn ich die Aussätze kann ich gewinnen. Win. Hoffentlich in der nächsten Folge, dann kann man in der nächsten Folge hoffentlich zumachen. Hä? Geil, ich habe auch die schon gebrachen. Das lohnt sich, Mann. Ich mache wirklich alles komplett zur Arbeit. So, tschüss. Dann geht es weiter mit Nido King. Und das Gute ist, dass ich jetzt weiß, dass ich mich rein kann. Ich muss nicht zurück zum Pokémon sind, weil, wenn man nach links gucken kann, wo die ganzen Betten jetzt gerade standen, das ist so eine Heilstation. Damit kann ich mich, da kann ich mich wieder ein bisschen aufladen. Ich muss jetzt ohne diese Heilschütze, ja. Ja. Ja, das Elektro war sowieso weg. Ja, dann kann ich rippeln mal gar nichts. So. So, Krabi erreicht damit 22. Ja, Krabi wird auch zur Kingel mit sich auf jeden Fall auch weiterentwickeln, dann bald. Dann habe ich mal da auch noch das Kingel 1 eintragen. Wie soll der was Kompletten kriegen? Weiß ich nicht. So, jetzt mal das Kingel, äh, das ist Electric Down. So, der jetzt auch besiegt. Ich weiß, dass hier links noch Trainer sind. Ja, ich muss nicht halt immer durchbauen. Es kann immer was irgendwo noch liegen, wo ich denke an mir, oh, das ist auch gut, gut. So, und da ist es, glaube ich, die Letzte der Schwestern, ne? Ich bin ja nicht im richtigen Vier-Rocket-Schwestern. Habe ich auch gerne. So, mal die Älteste. Ja, und dann ist es die Letzte. Nein. Fünfte Etage, sechste Etage, siebte Etage und achte Etage haben wir noch. Aber eigentlich war, wie gesagt, der Plan, der Plan, der Plan, der Plan eigentlich das Kompletten liegen, zwei Fahrzeugen zu beenden. Aber ich hätte nicht, weil es so mega viele Trainer sind. Aber es sind, ich weiß nicht, wie viele sind es, 25 oder so, wenn es richtig mitgezählt hat? Also, ich habe nicht mitgezählt, aber ich vermute, es ist so viel so. Mmh, yeah. Schön, danke, Evoly. Sehr geil, Volltreffer gelandet. Ich bin die älteste Führergeschwester, ich dachte, du hast es geschafft, mich zu besiegen. Ja. So. So, und das war die... Uh, jetzt noch ein weiter. Ich bin der Leber. So, ich stehe jetzt auf dich vertrauen, dass du mir mal kurz mein Thema heilst. Psst, ich bin eine Spion, die es jetzt keine Schwester ausgibt. Sieht das Schifters? Erst wenn ihr euch hier kurz im Pausenraum ausruht. Ja, dankeschön, ich dachte, es kommt noch irgendwas. Aber, da kommt nichts mehr. Gut, dann haben wir das auch fast down. Jetzt wollen wir uns mal kurz den Typen noch schnell. Der wundert sich, obwohl wir ein Kind sind, also unser Buchmannsvertrauen. Zwei Pokémon dazu, okay. Ich weiß nicht, wie viele es noch sind. Ich weiß nicht, wie viele Träger sind. Ich vermute, es sind noch ein paar. Ich würde es halt gerne... Wir machen es eh erst... Wir machen den nächsten Part noch mal fertig. Das ist klar. Dankeschön, die sind... Oh, die hausten mir gerade noch einige Volltreffer raus. Jetzt reiten die alle. Ich könnte das den Billiken weggehauen. So, Apollo-Macher eben. Und jetzt machst du doch mal ein Volltreffer, komm. Ja, cool, es war kein Volltreffer, aber es reicht trotzdem, wenn es Apollo zu besiegen ist. Gut, perfekt. Jo, okay, dann haben wir das hier auch weg. Die Ecke ist frei. Ich kann mich noch kurz in die Nummer heilen. So, dann haben wir das auch durch. Ich glaube, hier haben wir einfach... Eigentlich haben wir noch verschiedene Seiten. Ich kenne es im Original, dass hier noch ein Hypertrunk ist. Und eine der Betten. Ne, das ist nicht so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut. Etage Nummer 9 steht dann morgen im Pfad. Also, wie gesagt, morgen steht sogar das Finale an. Wir sehen uns mal wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und dann befreien wir endlich die Silve Coop von Team Rocket. Bis dann und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu euch zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir machen heute hier Feierabend. Wir vertreiben die Walker Silve Coop. Und wir sind in Phase Nummer 9 mittlerweile angekommen. Sag mal, jetzt werde ich dann Spielereien mal ein Ende bereiten. Oh nein. Ronald McDonald. Slimer setzt du ein. Mein Team ist jetzt wieder komplett geheilt. Ich bin wieder komplett an Bord. Und dann in die Etage Nummer 8 befindet sich eine junge Dame, die uns das... Die sich hier eingeschlichen hat. Ja, wir haben meine Pokémon kurz geheilt. Das ist auch gut so. Und damit kann ich wieder voll neu angreifen. Ja, und dann eben auch dieses Slimer hier mal eben kurz mit einem Pussy aufarbeiten. Und ein Slimer sollte nicht das größte Problem nennen. Und ich werde nicht, denn ich habe schon Schäcke im Pokémon als Gegner erlebt. Und jetzt gibt es Koga, den wir vor, keine Ahnung, fünf Parts oder so besiegt haben. Schauen wir locker, kriegen wir wieder hin. Einfach! Ich habe dich verliebt. Komm! Bleib halt, bleibt halt. Bleib halt. Bleib halt! So, scheiß! Tschüss! 2 Mal. Entschuldigung! alle mit uns ist besiegt damit haben wir weiter kommen weitermachen ich habe mich schon aufgeräumt das muss hier ein item mein lieber heiler ja voll jetzt die tage leute sind meine ich meine schon fast immer da ich habe Angst ah du hast keine Angst haben ich bin bald fertig hier willkommen in meinen Schock du hast es ganz schön weit gebracht ja das stimmt so wird sauge her ich brauche ein mit